Hallo und herzlich willkommen zurück bei Black Mesa. Gut, unser Waffennarr ist wieder am rumfummeln da mit seinen Waffen. Alles klar. Da lang oder da lang. Probieren wir mal diesen Weg hier. Kann ich eigentlich das Radio kaputt machen? Waren das diese Radios, die einen total gedamaged haben, wenn man da zu nah dran stand? Ich mach's mal nicht. Ist wahrscheinlich auch nicht so wichtig. Ach, das ist hier die Idee. Da ist einfach kaputt. Da ist kaputt. Ja, dann können wir natürlich die Alternative probieren hier mal. Oder auch nicht. Ach so, muss man erstmal dort runter und kann dann hiermit wieder hoch. Das kann natürlich auch sein. Gut, dann probieren wir die Alternative zu Alternativen und jumpen hier einmal runter. Das habe ich mir eben schon gedacht. Runterjumpen geht ja erstmal. Und hoch kommt man halt nicht so einfach, ne? Yep. Durchaus. Hier sind, glaube ich, die... Yep. Hier sind die Viecher. Oh mein Gott. Oh, viele. Oh. Ja, leck mich. Ei, ei, ei. Ähm. Das war jetzt nicht die wirklich richtige Taktik für diesen Haufen hier. Ah, aber andererseits. Es hat irgendwie funktioniert. Das Ergebnis spricht für sich. Ham. Boah. Auf welchem Level fangen wir an? Oh, ja. Ich erinnere mich dunkel. Können wir uns auch von unten nach oben vorarbeiten vielleicht? Boah. Gute Frage. Probieren wir das so. Aha. Was ist das für ein Kollege, den man da hört? Ist das eine gute Idee, hier ins Wasser zu gehen? Mal auf jeden Fall mal eine Speicherung. So einen ganz normalen hatte man ja auch schon länger nicht. Oder ist auch mal schön, wie der alte Bekannte zu finden. Eben. Genau. Ist eigentlich egal, wie wir es machen. Das Ergebnis zählt. Einfach Augen zu und durch, könnte man auch sagen. Power on. Aha. Ach so, Unit 2, Power on. Eins ist auf. Ah, so. Verstehe. Müssen wir erstmal irgendwie aufmachen. Kann das sein? Kann das eventuell sein? Hier ist verklemmt. Das machen wir mal so. Ja. Ja. Okay. Hier rein kommen wir trotzdem nicht. Müssen wir das auf einer anderen Etage aufmachen? Mal so. Kann das sein? Wir probieren es mal. Oder wird hier das Wasser abgepumpt? Nee, ne? Sieht nicht so aus. Hm. Wir können auch erstmal woanders erkunden. Dann gucken wir mal, ob wir dem Ziel näher gekommen sind. Oder. Oder wir müssen das hier oben aktivieren. Ach so. Das geht natürlich auch. Pfft. Ah. Verstehe. Naja. Hm. Ob ich es verstehe, weiß ich noch nicht. Aber vielleicht können wir hier ja irgendwas kontrollieren. Äh. Mainpower. Ja. Sieht gut aus. Yep. 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 Oh. Oh. Service Relay. Müssen wir irgendwas reparieren oder so? So. Wir probieren mal, ob wir hier durch können. Ja. Das funktioniert. So. Jetzt ist hier aktiviert. Das ist sehr gut. Und hier unten sollten wir uns jetzt besser nicht mehr entlang wagen? Fragezeichen. Hier ist doch jetzt bestimmt alles unter... Unter Strom. Oder auch nicht. Ich bin mir nicht so sicher. Mal gucken, ob es das jetzt war. Hier. Never Dark. Äh. Schrei. Falls ich da unten noch irgendwas vergessen habe. Oder machen muss oder so. Machen sollte. Jedenfalls sollte ich mal speichern. Oh. Soweit alles easy. Was? Hier ist echt ruhig. Hier ist soweit alles ruhig. Es hört bestimmt gleich auf. Es hört bestimmt gleich auf, wenn wir zurückgehen. Hier sind viele Fässer. Ach so. Ach so. Hier ist der Aufzug. Ach was. Oh. Oh mein Gott. Das schreckt mich doch nicht so. Alter. Das schreckt mich doch nicht so. Ah. 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 Ich wurde zerquetscht vom Aufzug, glaube ich. Yes. Das Maria und Josef. Ey. Ja. 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 Nein. 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 Moment. Warum ist er denn jetzt unten? Warum ist er jetzt denn unten? Ach so. Weil ich da... Ach so. Weil ich da wieder gespawnt wurde automatisch. Mann. Habe ich mich verjagt. Da. Ich wurde gar nicht zum letzten Save Game zurückversetzt. Weißt du was? Wir probieren mal was. Experiment. Squad. There he is. Uh. Uh. Ah. Hat nicht so gut funktioniert. Ich hätte die Fässer anders hinstellen sollen. Yep. Ah. Es war so halb geil. Da hat's halt nix gebracht. Ja. Mal gucken, ob die Power jetzt hinreichend aktiviert ist. Hm. Hm. Yep. Jedenfalls zeigt es ja on. Ah. On an. Ah. Fuck, 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 fuck. Oh. Fuck, fuck, fuck. Oh. Fuck, fuck, fuck. Hm. Hm. Ich erinnere mich aber, dass ich beim Original hier auch ziemlich gelitten hab. Wo ist er hin? Hä? Wo ist er hin? Ach, da. Au. Oh. Ja. Oh, scheiße. Genau das, was er sagte. Genau das. This. Äh. So. Wir hatten hier aber irgendwo noch. Wir hatten hier irgendwo noch, äh, Health, oder? Oh je, oh je. Das war so halb geil. Das war so halb effizient. Hier, guck mal. Da liegt sogar noch was. Sehr schön. Aber da war doch noch irgendwo. War hier nicht noch irgendwo. Ein, äh, 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 da ist jemand. Gut, dass er grad nicht geguckt hat. War hier nicht noch irgendwo ein Terminal zum Heilen? Bestimmt. Naja, werden wir schon wieder finden. Ich trau dem hier überhaupt nicht. Soll ich mal speichern? Naja, ich probier's mal. Ha, 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 ha. Auf jeden Fall sollten wir uns das mal merken, dass es das da gibt. Wenn hier gleich welche ankommen. Guck, guck. Ah. Äh. Nöp, soweit alles gut. Ja. Ah, hier war was. Na, guck eine an. Gut. Gut, 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 gut. So, können wir hier noch was? Nö. Können wir nicht. so wieder in die contaminated area so und jetzt können wir nämlich probieren jetzt können wir nämlich probieren ob wir dem vieh einheit gebieten können um es mal ganz kompliziert auszudrücken gleich geschafft das klingt schon mal gut vielen dank er hat doch was geworfen so kann ich auch wo läuft der denn hin ich weiß es nicht mach auf mach auf da flog nämlich was ja wo bist du ja ist es denn scheiße ne passt ist es denn scheiße die antwort ist ja okay hier hätte ich mich gern versteckt bis die schose vorbei ist oben so noch jemand will mir noch jemand auf den senkel gehen naja auf jeden fall einen also einen kenne ich noch einen kenne ich noch der das gerne möchte was nehme ich denn was nehme ich denn schönes ist da was da ist prinzipiell was naja ein bisschen ein bisschen muh ein bisschen muh ist okay die dumm die dumm die dumm die dumm die dumm hier ist alles ruhig soweit komme ich da hoch her da ist eine ledda da ist die gute ledda ach wir sind schon hier der sagt das so als ob jemals ein anderer plan im raum gestanden hätte gut noch irgendwelche letzten warte nicht in ordnung so ich glaube hier können wir jetzt erstmal ach da ist ein knöpfchen sogar na schau einer an ja ja das ist schon mal gut das ist schon mal gut Kollege geh da besser weg ich sag's nur ich 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 sag's nur im guten ich mein's nur gut mit dir so und jetzt müssen wir glaube ich da rüber rennen oder ich hab grad nicht hingeguckt oder hat keiner gesehen so noch einmal und beim ersten mal direkt ja guck einer an als hätte ich das geübt ich kann mich überhaupt nicht für eine waffe entscheiden speichern auf jeden fall dann schauen wir mal ob wir darüber hechten können was ist das denn so schnell geschafft man muss doch hier so einige sachen machen naja gut wenn man sich jetzt hier nicht die ganze zeit aufhält und quatscht und pipapo dann geht das natürlich auch irgendwie schneller ist jetzt aber halt auch nicht so mein anspruch in speedrun draus zu machen behaupte ich jetzt einfach mal ich speichern mal und ich probier's mal Aua, 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 aua. So. Frage. Hä? Wie sieht das denn hier aus? Ist das irgendwie anders als beim Original? Ja. Nein. Was? Warum? Geht das nicht? Muss ich erst irgendwas aktivieren? Oh. Das ist ja ungünstig. Ähm. 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 Oh. Du, Never Dark. Müsste das jetzt einfach funktionieren? Oder muss ich noch was machen? Ach, Stecker. Ah, sehr gut. Dankeschön. Ist der hier irgendwo? Vergessen ist gut, als hätte ich jetzt Zeit, mich groß umzugucken. Ähm. Ist der auch da oben? Ach, hier. Komm. Stecker. Geht nicht. Puh. Ach so, da muss... Ich dachte, ich muss die Kabel zusammenstecken. Das schaffe ich nicht. Das werde ich... Boah, Kollege, du hast irgendwie so ein bisschen Aggressionsproblem. Kann das sein? Jetzt aber. Ich würde das fast gern nochmal machen. Mit dem Health jetzt. Boah. Cool. Na ja, da können wir uns wenigstens ein bisschen wieder aufladen. Haben wir es geschafft? Haben wir es hinter uns gebracht? Na, der hat es hinter sich. Das können wir schon mal festhalten. Ah, Health tut weh. Health tut weh. Na ja. Der Anzug... Der Anzug muss es richten. Der Anzug muss uns noch irgendwie zusammenhalten. Ja. Alles ein bisschen enger schnüren, damit die Knochen nicht rausploppen. Aus den Armen und Beinen auf einmal. Dann läuft's. Shit. Wahrscheinlich könnte ich auch nochmal ein bisschen zurückgehen und den einen oder anderen Health-Punkt irgendwo abgrasen. War hier vorne nicht. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Ich guck mal nur ganz kurz. Ah, naja. Ganz kurz ist gut. Da muss man ja doch wieder einen relativ langen Weg gehen. Das war ja völlig unnötig. Ach, aber ich habe jetzt noch genauso viel Health wie eben. Hä? Okay. Ist ja merkwürdig. Interwegs kommt einer. Ja, okay. Dann machen wir das so. Dann machen wir das. Unterwegs. Jo, also hier unterwegs meinst du, oder? Wenn wir jetzt hier starten. Dann würde ich es einfach mal machen. Hallöchen, John Schmitz. Na, ich habe die schon vermisst. Hast ja schon ein bisschen was verpasst, ehrlich gesagt. Hier sind mehrere Züge irgendwie, oder? Wie geht es denn so? Wo warst du denn? Ist ja schon wieder fast Feierabendzeit heute. Heute bin ich ja auch schon wieder über drei Stunden dran. Gut. Ja, können wir beide nehmen? Nur mal so, nur mal so Interesse halber. Nur mal so Interesse halber. Ja. Könntest du einen aussuchen, Wamm. Schön. Dumm. 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 No. Was? Ich würde dich nur, was? Behindern? Schön, dass er das doch sagt. Aber, also ich, also. Klar, wir haben die ganze Zeit darüber nachgedacht, ihn noch mitzunehmen. Meine ich natürlich. Mhm. Ach ja. Arbeiten ohne Ende klingt aber ein bisschen zu viel nach Arbeit, ehrlich gesagt. Man muss auch mal pausieren können. Man muss auch mal ein bisschen Pause einlegen. Wir geben hier mal ein bisschen Gas. Wir geben hier mal ein bisschen elektrisch. So, hier bleibt er stehen. Naja. Der Gordon. Nachricht? Ja. Klingt gut. Oh Gott, diese, äh, diese ganzen Schienen leveliert. Aha. Schlimmer Abschnitt. Werden wir. Oder später. Huch, schieb mich halt auf die Schienen, du Arsch. Gut, was auch immer du sagst. Bist du, bist du, äh, Fahrlehrer? Wusste ich das schon? Habe ich das verdrängt? Ist ja auch ein interessanter Beruf. Na, wenn ich hier rumstehe, dann kommen wir den Zielen nicht näher. Aber danke, dass du fragst. Hm. Interessant, interessant. Okay, okay, okay. Ja, der Never Dark, der ist ja wieder hier am, am, äh, durchracing einfach. Ja. Ah, viele, viele sind gestorben. Ja, ja, ja. Es tut mir sehr leid, Junge. Hm. Siehst du, das spricht dafür, dass wir schon, dass du schon ganz lang nicht da warst. Da, da, da habe ich schon wieder alles vergessen. Hm. Haben wir bestimmt, hast du mir bestimmt schon mal erzählt. Grantiert. Ich mache hier mal eine Speicherung. Sonst muss ich das Rumgeschwalle hier nicht gleich nochmal antun, wenn ich gleich sterbe. Warte mal kurz. Warte mal ganz kurz. Hm, die Dumm, die Dumm. Hm, 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 hm. Hm, hallo. Ja, hier, äh, Doom 3, ne, wollte ich ja auch demnächst mal machen. Habe ich mir auch schon installiert. Resurrection of Evil. Da gibt es bestimmt auch wiederum Gefäle. Wobei, in Half-Life wahrscheinlich sogar noch mehr als dort. Ja, das ist nett. Das ist lieb. Das freut mich. Oh ne, oh ne, war das hier das Blöde? War das das Blöde? Wurde das gleich von allen Seiten hier und so? Ich weiß gar nicht, wo ich, wo ich als erstes hingucken soll. Ich rotiere einfach mal so die ganze Zeit permanent. Wir lauschen mal ein bisschen. Der Musik. Ne, sieht okay aus. Ja, alles klar. Alles klar. Soweit, so gut. Gut, das war noch nicht das. Das kommt noch. Das kommt noch. Ei. Geh wieder ein. Uah! Wo? Wo, 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 wo? Da, 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 da. Jupp. Hat der so viel abgezogen? Ich hatte doch eben noch... Nein, nee, ich hatte nicht so viel Health, ne. Aber da ist etwas. Hm. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Hier, wieder ein deprimierter Kollege. Ach, weißt du was? Probieren wir mal so. Probieren wir mal ganz klassisch. Ich, ich. Ich, ich. Na, kommt schon. Äh, nee, weg mit deinem Klauen. Das ist natürlich das Blöde, dass er dann rankommt. Äh, hallo, hallo. Äh, hallo? Komm, bin ich hoch? Ja. Hm, 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 hm. 22, okay. Dann, äh, ist nicht so wild. Dann ist nicht so wild. Hab ich mir mehr eingebildet, als ich tatsächlich hatte. Das passiert schon mal. Hier können wir uns aber ein bisschen heilen. Ja, hat es im Prinzip schon. Aber ich glaube, noch nicht komplett, oder? Ich glaube, es ist noch nicht, oder es ist zumindest noch nicht komplett überarbeitet. Ich bin mal gespannt, wie die das dann gelöst haben. Ähm, also wenn, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Naja, bis ich da bin, da sind die wahrscheinlich schon, haben die schon längst released, weißt du? Sind die schon längst fertig. Gut. Wir spielen im Übrigen hier, John, ne? Wir spielen auf dem Beta-Channel. Die sollten eigentlich zumindest ein bisschen was vom Zen schon erneuert haben. Ich bin sehr gespannt, was die aus der Engine vor allem rausgeholt haben. Äh, da sind doch mehrere runtergerutscht. Hab ich doch genau gesehen. Komm ich hier? Warte mal, warte mal, warte mal. Komm ich hier durch? Ne. Ist ja auch keine Klinke dran. Hätte ich mal drauf geachtet. Ah, welche Knarre nehmen wir? Hier sowas? Um schnell reagieren zu können, wenn jemand in der Nähe ist? Hm. Den möchte ich direkt erledigen. 1, 2, 3, 4, 5. Yep. Passt. Das passt. Ja, ist auch schön hier, oder? Mal so ein bisschen auf das Wasser achten. Shader, Shader. Schön, schön, schön. Moment, Moment. Der wollte ohne mich weiterfahren. Hahaha, halt, 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 halt. Nein, Buggy, Buggy. Ah. Was ist denn hier los? Ah, 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 ah. Ich glaube, ich rutsche runter, wenn der nach oben fährt. Oh, das ist ja ungünstig. Ah, 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 ah. Ja, kann man, kann man sich überlegen. Dann vielleicht das letzte, den letzten Abschnitt nochmal, ne? Komm ich hier irgendwo? Kann ich hier drauf? Ja. Ist das sinnvoll, was ich hier gerade tue? Da ist eine Leiter, aha. Ich glaube, da kommt man auch so nochmal hin, oder? Hm, aber hier könnten wir hoch. Ah, ah, hier kommt man aber nicht rein. Ach, hier. Hier ist was. Hallöchen, Kollege. Oh, ein bisschen Moon. Das ist, das ist okay. Warum nicht? Nehmen wir mit. Ah, hier kommen wir aber nicht durch. Schade. Und was hier? Da leuchtet doch was. Ich speicher hier mal. Ah, ja, ja. Na, zumindest ein bisschen was. Es ist jetzt nicht das Mega-Loot überhaupt, aber okay. Nehme ich halt mit. Hey, ganz ehrlich, also bei Half-Life, man sollte alles mitnehmen, was man kriegt. Wenn es dann irgendwie geht. Soweit ich das beurteilen kann, sollte man das tun. Gut. Und natürlich Speicher nicht vergessen. Vollgas. Zumindest ein kleines bisschen. Ja, bis es hier nämlich kritisch wird. Bis es hier kritisch wird. Ähm, nimm, 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 nimm. Ähm. Snooks. Hm. Aha. Äh. Huh. Hä? Was ist denn da passiert? Wie sieht er komisch aus? Ach so, weil er durch dieses Gitter so komisch schimmert. Ich würde ihn gern wegmachen, aber andererseits, von mir aus kann er da sein. Hm. Oh. Verstehe. Nein, 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 nein. Ähm. Ich bin überfordert mit den ganzen Controls. Äh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ah, shit. Ja, da war aber noch einer, oder? 55, 55 ist auch schön. Ja. Hier ist er. Hi. Hui. Ja, kann man, das ist, das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Kann man überhaupt noch einen Half-Life 3 rausbringen, was die Erwartung erfüllt? Kann man das? Kann man das? Ich bin mir da nicht so sicher. So, da kann man wahrscheinlich irgendwie weiter. Da haben wir. Hm. Hm, 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 hm. Dumm, ti, dumm, ti, dumm. Die Meinungen gehen auseinander. Ach so. Oh, da komme ich auch nicht durch. Schade. Das ist ja enttäuschend. Na gut, dann fahren wir erst mal ein bisschen weiter. Hm, 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 hm. Hm, ist keine Klinke dran. Ich probiere es mal nicht. Oh, oh, oh. Ich habe da so eine Befürchtung. Er ist irgendwie cool. Aber die Befürchtung ist, ist das der Raketenwerfer? Langsam. Langsam. Na, komm schon. Gib auf. Hm. Okay. Äh, habe ich mir schon, habe ich mir schon gedacht. Werd's wahrscheinlich trotzdem immer wieder mal probieren. So, und ich werde mich im Übrigen hier wieder hoffnungslos verlaufen. Das ist immer der Abschnitt, wo ich überhaupt nicht klarkomme irgendwann. So. Mögen wir mal weiterfahren. Was ist das, was ist das, was da so leuchtet? Das ist scheinbar erst mal nichts. Es ist ein Licht. Es ist ein Licht, das da so leuchtet. Ach so. Ah, aha, 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 aha. Hier müssen wir aber erst mal irgendwas machen. Okay. Hm, 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 hm. Nope. Das ist das Nope-Geräusch. Nope-Signal. Aua, 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 aua. Hm, hier können wir wahrscheinlich was ausschalten, ne? Ja, 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 ja. Sieht ja aus wie in Spanien hier, die Verkabelung. Ah, äh, ähm, da könnte man hoch. Sollen wir es mal machen? Ich höre jemanden. Oh, ja, oh, okay. Au. Aha. Aha. Ist das hier ein... Das ist kein Vehikel, ne? Das ist kein Vehikel für uns. Mhm. Kann man irgendwie hin? Äh, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt schon... Ob das jetzt hier schon richtig war. Wo kam ich denn her? Hier. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Was es hier mit auf sich hat? Hier kann ich ja ausmachen, ne? So, und jetzt? Und jetzt? Und jetzt und jetzt und jetzt und jetzt? Das war die längste Fahrt der Welt. Das hat aufgehört. Okay. Ja und? Was kann ich jetzt damit anfangen? Ach so, da ist irgendwas. Was? Manual Override. Ah, aha. Aha, aha, aha. Ja, können wir mal hin. Ja, können wir mal hin. Ich guck mal ganz kurz, ob hier irgendwas ist. Hier ist keine Klinke. Ich teste es mal. Ein Chat passiert zur Abwechslung. Das gefällt mir sehr gut. Es passiert so viel, dass ich gar nicht alles lesen kann. Ohne nicht irgendwie ständig hinzugucken. Aber macht weiter so. Das ist sehr schön. Kann man, kann man nebendran da noch ein bisschen lesen hier. Wenn es allzu langweilig ist in dem, im Spiel, dann kann man es hinterher lesen. Äh, ich kann mich hier irgendwas machen? Just hier abmachen? Nö. Hm. Hm. Okay. Hier ist, ach so, hier ist ein Stecker. Hier ist ein Stecker. Kann ich den echt da hinten hin tun? Ja. Ja, cool. Ich hab keine Ahnung, was dadurch jetzt passiert ist, aber okay. Hm. Wir werden sehen. Wird wahrscheinlich früher oder später nützlich sein, oder? Und jetzt hier eventuell, nö. Keine Ahnung. Oh, aber irgendwie kann man da ja hin. Irgendwie müsste man eigentlich da hinkommen. Auf jeden Fall gibt's da Health. Naja. Vielleicht... Ich dachte, da ist was zum Einsammeln. Vielleicht ja hier rüber. Ja. Ah, ja. Ja, 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 sieht gut aus. Ausgezeichnet. Und aufladen. Schon wieder eine halbe Stunde um. Was? Was? Und der ist leider der Schade. Was? Haben wir den echt auf 100% leer gemacht? Na, sowas. Und? Irgendwas machen? Zieht mir nicht danach aus. Ja, was, 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 was macht ihr denn mit mir? Schon wieder, schon wieder eine halbe Stunde um. Unfassbar. Die Zeit vergeht schnell. Wenn man Spaß hat. Offenbar. Und trotzdem ist wieder eine halbe Stunde um. Unglaublich. Hm, kommen wir aber auch nicht weiter. Was ist der Trick? Was ist der Trick? Den Trick möchte ich noch ausfinden. Man kann wahrscheinlich die Tür von hier aus aufmachen. Ja. Ja, es funktioniert. Hm. 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 Ähm. So, hier ist auf jeden Fall am rumdödeln. Oder haben wir jetzt nur irgendwas aktiviert, was man jetzt, weiß ich nicht, was man jetzt verwenden kann? Das hier haben wir ja schon festgestellt, dass das nicht geht. Hier geht's nicht weiter. Oder muss ich jetzt einfach zurück? Wie ist das? Wie ist das zu verstehen? Geht's hier irgendwie weiter, ne? Nee, auch nicht. Hm, 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 hm. Jetzt muss doch irgendwas mit dem da hinten zu tun haben. Ich meine, wofür haben wir sonst einen Stecker eingesteckt, oder? Ich probier's nochmal. Ich dachte, ich hätt's probiert. Vielleicht hab ich auch einen Knopf übersehen. Moment. Oder muss ich hier wieder einschalten? Das kann auch sein. Den hier? Hm. Hm. Hier irgendein, da irgendein. Ich, äh, versuch nochmal den Schalter hier zu betätigen. Ah, okay. Ah, okay. Deswegen hat das da auch rumgebritzelt. Ah. Was? Immer noch nicht? Echt jetzt? Oder hat sich's jetzt erledigt mit dem, dem Strom an? Hm, 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 hm. Muss man nicht verstehen. Unten hat sich jetzt auch nichts verändert, ne? Glaube ich nicht. Nee. Nee, nicht wirklich. Ich... Harsch. Hm, 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 hm. An der... An der Brücke... Ach so, äh. Hab ich auch irgendwie schon... Ja, 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 ja. Hier leuchtet's jetzt. Ah, meine Fresse. Irgendwie schon tausendmal probiert. Und wieder... ...aufgegeben mit dem Knopf. Gut, gut, gut. Danke. Nein. Er wollte auch mal mit dem Aufzug fahren. Ist ja süß. Ey. Ui. Ah, jetzt. Ja, so ergibt das langsam. Ich glaub, ich werd schon langsam ein bisschen... Werd schon ein bisschen, äh... Banane im Kopf. Gut. Die Folge ist aber auch schon wieder lang genug. Ob wir gleich noch eine Folge machen, können wir uns überlegen. Weiß ich noch nicht so genau. Ich speichere hier auf jeden Fall. Und weiterhin auf jeden Fall mach ich in der Aufnahme jetzt noch den Knopf im Kontrollraum. Probieren wir gleich mal. Ich mach erst mal eine kleine Pause hier an der Stelle für die Aufnahme. Ah, dann geht doch... Ja, gut. Wenn ihr wollt, bitte sehr. Bitte sehr. Kein Problem. Wenn ihr das möchtet, dann, äh... Dann machen wir das. Ja, im Stream auf jeden Fall. Aber auf YouTube geht's dann in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank und bis dann. Macht es gut. Und tschüss. Tschüss.